Musik Maria und Panagiotta Vlachu sind Schwestern. Ihr Unternehmen, Ferreikos Helix, befindet sich in Korinth. Er heisst Simone, ein junger Agronom der Universität von Catania, Sizilien. Was sie verbindet, ist die Helizikultur, zu Deutsch die Schneckenzucht. Das 2007 gegründete Unternehmen Ferreikos Helix ist auf die Unterstützung und Gründung von Schneckenfarm im biologischen Zyklus spezialisiert. Simone wird hier sechs Monate bleiben und mitarbeiten. Simone ist Italien und das ist sehr wichtig für uns, denn ich und meine Freunde, aber auch alle die Arbeit hier in Italien sprechen. Der Biolandbau floriert in Europa. Und die Umsatzzahlen von Ferreikos steigen. Die Schneckenzucht erfolgt in extensiver Haltung und natürlicher Umgebung. Panagiotta Vlachu ist gelernte Übersetzerin und Dolmetscherin und war eigentlich nicht dazu bestimmt, ein Unternehmen zu leiten. Aber eines schönen Tages packte sie der Unternehmergeist. Heute bietet die Firma Landwirten, die in diesem Bereich tätig werden möchten, fachlichen Rat und Hilfe bei der Entwicklung. Sie war an der Gründung von über 140 Schneckenfarmen beteiligt. Simone kann in seinem Praktikum seine Modelle für die Bodenanalyse verfeinern und Absatzförderungsmodelle entwickeln, die ihm später in seinem eigenen Unternehmen nützlich sein werden. Auch das Gastunternehmen hat in diesem Programm viel zu gewinnen. Die Kenntnisse von Simone in Sachen Reglementierung und Marketing in der Bio-Branche sind ein nicht zu verachtender Vorteil. Um am Erasmus-Programm für junge Unternehmer teilnehmen zu können, muss man stark motiviert sein. Der Businessplan von Simone sprach hier für sich. Dank dem Erasmus-Programm für junge Unternehmer konnte Simone sich voll bei Ferraikos Helix einbringen, wie bei diesen Schulungen für künftige Schneckenzüchter. Einen jungen europäischen Unternehmer zu Gast zu haben, bedeutet Verantwortung. Aber dieses Erasmus-Programm für junge Unternehmer ist ein wahres Sprungbrett, um KMU international wettbewerbsfähiger zu machen. Ich empfehle mich an alle jungen Unternehmer, weil es eine unige Erfahrung ist, und kann man sich sowohl in der Zeit, wie in der Zeit, wie in der Zeit, wie in der Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017